Die beste Entscheidung meines Lebens Heute machen wir etwas was wir noch nie gemacht haben, aber ich wollte es unbedingt mal testen. Denn wir sind in Los Angeles und schaut euch das an, wir waren bei Ralphs und in Walmart. Wir haben noch nie Essen probiert. Es gibt ultra viele Süßigkeiten hier wirklich. Ich glaube jeder YouTuber hat schon mal so ein American Food Challenge oder so eine Kacke gemacht. Aber wir sind nur Kellerkinder und sitzen immer nur in Deutschland, deswegen machen wir das jetzt zum ersten Mal. Genau Freunde. So, ich glaube es gibt keine Regeln. Schreibt mal rein, womit sollen wir anfangen hier? Ich hab Blue Chips in den Kommentaren. Okay, ja komm, ich hab's auch gelesen. So Leute, hier haben wir geholt Blue Chips zu mir mal ran hier. Da seht ihr, das sind solche blauen Maiskolben. Das ist ein Glutenfree. Wo kommt das her fragt man sich. Oh mein Gott. So was hier steht in die Kamera. MADE WITH ORGANIC BLUE CHORN. Als ob die in echt so aussehen. Das ist ja absolut gelogen. Mega Dreck. Das ist null Blau. Ist das violett? Ja. Das ist null Blau. Oh mein Gott, kann man das essen? Verarsche. Das ist ja mega Kakaos. Schmeckt nach gar nichts. Absolut kein Gewürz. Das ist absolute Verarsche. Schmeckt nach nichts. Das ist nach nichts. Es wird wahrscheinlich irgendein schlauer Kellerjunge wieder schreiben. Ey, ihr braucht nen Dip. Kellerjunge. Wissen wir aber. Trotzdem schmecken diese normalen Chips ja normal aus. Es schmeckt wirklich nach Luft. Gar nichts. No soy. Sau schwarz. Mega schlecht. Sehr sehr schwarz. Ich würde gerne die hier probieren. Fruit by the fruit. Fruit by the fruit. Das wars? Hä? Fruit by the fruit. Was soll das sein? Machen wir mal auf. Luftballflavor hier. Boah, kennt der noch? Oh, oh. Das ist ja. Oh mein Gott. Boah. Oh mein Gott. Was ist das denn? Boah, riecht das stark, Alter. Alter. Komplett voll mit Chemie. Hä? Chemie? Was ist das? So ein Pflaster? Nein, das ist sowas zu ziehen. Dann frisst man das und man kotzt. Hä? Hä? Ey, das ist ja schwarz. Hä? Ist da jetzt auch schwarz am Rand heute? Nein. Oh mein Gott. Hä? Das ist schwarz. Mann, da ist komplett rot. Da ist noch ein bisschen von Blue Corn mit drin. Da ist irgendwas vergabelt bei dir. Oh mein Gott. Und jetzt? Alten, krummen. Alter. Purste Chemie. Was geht? Absoluter Scheiße. Auch wieder ein richtiges Spiel. Ey, das ist ja richtig. Oh mein Gott. Ich dachte ja, die Energy Drinks und die Schlimmen sagen, das ist ja noch schlimmer. Was ist denn da drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Willowbärchen. Schmeckt nach... Willowbärchen. Ne, schmeckt nach sehr hoher Dosis von Diabetes. Nerds. Rainbow Nerds. Mach mal auf. Wir sind die Rainbow Nerds. Rainbow Kids. Yeah. Ah, was ist das denn? Rainbow Kids. Okay. Ist es Kaugummi? Ich glaube. Ich weiß nicht. Ah, meine Zähne fallen auch gleich nach. Hör mal. Was ist denn das denn für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Kack? Was ist denn das für ein Kack? Was ist denn das für ein Kack? Was ist das denn? Hä? Fruit Roll? Hä, ist das selbe? Ja, das bei mir auch so. Hä, das ist so... Hä, guck mal! Ihhh, was ist das denn? Einfach Zucker zusammengepresst. Ach du Kacke! Das ist purer Zucker. Hä? Oh, machen die Kante aus dem Zucker. Hä? Hä, guck mal! Was ist das? Das ist so widerlich. Das ist nicht so. Ich zeig das mal. Das geht noch wenigstens. Das hier riecht echt eklig. Zeig mal. So nach Sirup. Lakritz. So abgestandener Eistee ist das. Und wie soll man das jetzt essen? Wie soll man das jetzt essen? Hä? Schmeckt nach gar nichts. Oh mein Gott, du eklige Kacke hier, Alter. Die Spinne. Guck mal, Leute. Wer bin ich? Jan! Oh, Mann. Mach mal so eine Kugel. Das kotzt. Oh mein Gott. Alter. Wie kann man sowas essen? Das ist sowas von eklig. Das ist ja pure Kacke, ne? Das ist wirklich sehr schlimm. Boah. Das ist echt sehr schlimm. Boah, ne. Die sind sauer. Was ist das denn? Hä, das sind so Pillen. Ne, ne. Die haben wir von so... Da haben wir sowas gekauft. An diesen Stores. Hab da hinterher geschmissen bekommen. Und dann hat der so... Ja, ja. Hier, for free. Und dann hat er das eingebaut. Das ist... Das sind Drogen oder so. For free. Guck mal, das sind Pillen. Nach mal von dir, Alter. Ja. Mann, ein du Affe seh ich aus wie so ein Drogenjunkie oder was, Alter? Ey, da war... Habt ihr das auch schon mal gesehen? In diesen Stores steht so High Energy. Dann ist das so eine Hillensammlung. Was? Und dann sehen so alle anders aus und so. Das sind Pillen. Boah. Ne, ne, ne. Hä, was ist denn da drinne? Man, Zimt. Boah, das ist so Zimt, da ist noch irgendwas anderes drin. Scheiße. Das ist der billigste Dreck. Okay, Boydi. Du hast uns hier einen guten Jahrgang mitgebracht. Hab ich gesehen. Was ist das denn? Ja, 2017er Nost. Pssst. Ich hab das so aufgedreht. Da! Oh mein Gott, das gibt's ja! Oh mein Gott. Tschau mal. Ey, das ist echt... Guck mal. Und dann raucht das. Ey, das ist ja... Das ist eine Bombe ist da drinne. Iiiiih. Oh mein Gott. Das ist Energy. Boah, einfach riech mal. Er ist wieder platt. Ganz okay. Gib mal. Oh mein Gott. Hä? Ja, ja. Reicht denn lieber davon. Voll schlecht. Schmeckt nach Gas. Ey, das ist Wasser mit irgendwie so... Ja, Wasser mit so ein bisschen Fläger. Wasser mit so ein bisschen Fläger. Viel Wärmung nicht. Pssst und das. Ich hab's nicht gesehen dafür. Ey, okay. Was haben wir hier? Smash Mellow, Mint, Chocolate. Smash Mellow. In die Fresse geschmashed. Das riecht. Oh mein Gott. Sau geil. Alter. So after 8, oder? Ja. After 8. Hä? Bah! Schmeckt scheiße. Absolut scheiße. Geht da einer hin und sagt, Mami! Bring mir Smash Mellow bitte mit! Wie? Smash Mellow Mama! Ja, das sind so Pop-Tarts. Die packt man in den... Ne, wie heißt das? Toaster. Bei uns ist der kaputt. Das ist aber typisch amerikanisch, glaube ich, oder? Das machen die morgens immer zum Frühstück. In der Zwischenzeit, wo das vorbereitet wird. Fruit Gushers. Wenn man da jetzt guckt, soll da diese... Das hier, das ist die Süßigkeit. Ja, dieser Diamant, glaube ich. Sooo. Hä? Guck mal, wie dumm und knallig das ist. Oh mein Gott. Ja, das ist safe dasselbe. Wir nehmen nur eins davon. Ich hab keinen Bock... Oh mein Gott. Wieder die Pillen. Alter. Was ist das denn? Ey, diese Farbe davon. Guckt mal. Oh mein Gott. Ja. Geil. Was war das? Was war das? Da kommt nur ein Wurm drauf. So ein Eiterpickel, den man so isst. Das ist okay, ja. Würde ich aber privat nicht essen wollen. Ist doch. Ist aber okay jetzt gewesen von allen. Okay. Herrschaften. Jetzt gibt's was hier. Man muss sich selber solche Drinks mixen. Boah, Alter. Das riecht so heftigst nach Chemikalien, wenn du das drauf machst. Das ist saudreckig. Die sind saudreckig, Mann. Egal. Boah. Oh mein Gott. Ja. Alter. Ich krieg Kopfschmerzen. Das riecht nach irgendeinem Abgas oder so. Ey, das riecht nicht nach Essen. Nee, nee. Das kann man nicht trinken. Boah, wenn das reden würde, Menschen. Hörte mich. Hörte mich. Hörte mich. Oh mein Gott. Das sieht aus wie, äh, Ding. Schwarzpulver. Das könnt ihr trinken. Ah, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Ey, das ist schwarz. Was soll das denn sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ehh. Alter. Ne. Noch viel Scher. Ne. 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 Dann bist du tot. Du bist tot. Nein, 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 nein. Wir müssen hier fair sein. Das ist ultra ekelhaft. Was ist das? Das tut richtig weh. Das zieht das so. Also wenn wir alle, wenn wir jetzt zweimal getestet haben und wissen, dass es eklig ist, dann muss der Dreh ja nicht testen. Ne, mach weg. Hä? Es wird nicht schneller. Es bleibt einfach schwarz. Was? Was? Alter, weg. Reeses. Kennt wahrscheinlich auch jeder Deutsche. Das schmeckt unnormal geil. Das ist typisch amerikanisch, oder? Ist selbst bei uns in Deutschland bekannt, aber ist schweineteuer bei uns. Peanut Butter Cup. Ey, ist ja voll die geile Verpackung. Meine Hände werden schwarz von diesen Kool-Aids. Oh mein Gott. So eine Torte? Und da drin ist Peanut Butter. Fängt mega gut. Ist gut. Ein bisschen wie Snickers, ne? Mhm. Das ist gut, ja. Alter, wie sieht das denn aus? Halt mal hoch hier. Mega kacke sehen hier aus. Würde ich niemals zum Frühstück gegessen. Das ist zum Frühstück. Die Amerikaner haben echt Geschmacksverkalkung. Ich glaube, das Wetter hier tut es nicht gut. Er verbrennt den Geschmacksknochen oder so. Absolut wirklich. Absoluter Scheiß. Lemon Crunchy Chips. Hä? Hä? Ah. Ah, das ist voll scharf. Oh mein Gott. Boah, das ist viel zu scharf. Ganz komisch. Das ist voll scharf einfach. Alter, das ist ja übertrieben scharf. Bevor wir zum großen Finale kommen, das zeigen wir euch gleich, haben wir hier noch Chili-Mango. Ja, das ist eklig. Oh mein Gott. Das scharf in die Strauß, Alter. Das kann ich nicht essen. Das riecht so... Yeah. Okay, das ist... Das kann ich nicht essen. Oh mein Gott, mein Kopf braucht es gleich. Ich schwöre, weil mein Gehirn kann das nicht verarbeiten, diese ganze Scheiße. Alter, probiert von uns einfach nur. Das ist... Schon okay. Okay. Ey. Er ruft sich sowas. Chili-Mango. Dann snackt man das und guckt einen Film. Oh mein Gott. Also.. Huhn visst du super. Look. Das ist übrigens richtig so einölliger. Ihhh, ist das Käse? Alter, das ist sehr... Das Gammelkäse ist das erst recht. Ist das so Brokkoli, oder? Was ist das für ne Scheiße, Alter? Was sind solche Salaten? Oh mein Gott, guck mal an, das sieht aus wie Gras. Absolut wie so Gras. Ey, das ist das Ekligste, was ich je gesehen hab. 3, 2, 1... Ungefundierbar. Hä? Äh, jetzt ist das Eklig. Ich hab's geschluckt, Alter. Oh, das ist Eklig. Gibt's denn was, was du nicht schluckst? Ich bin im Rotzverein, Alter. Pass mich doch nicht mit der Zeit gewickten Rotzpfoten an, Alter. Unsere Familie hier ist... Zwei Sachen von allen waren gut, der Rest war echt... Was haben euch Reeses bei mir? Ja, Reeses und... Reeses und diese Gummidinger da. Ja, die waren auch okay. Aber der Rest liebt diese Lochie. Ja, die Lochie, ja. Okay, Leute. Als wir da am Supermarkt waren, wir haben ungefähr 1% des Sortiments jetzt hier gekauft. In Getränken, Eistee, alles mögliche, noch mega viel. Bei 33.333 Likes machen wir noch ein... Wir können auch Getränke testen oder so. Irgendwas. Schreibt's mal rein, dass wir testen sollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt's da, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.